Hi Leute, heute kommt wieder ein neues Video und zwar kommen heute ein paar Outfit Ideen für Weihnachten. Ich weiß, das Video kommt etwas früher, aber ich dachte mal, es ist ja nicht mehr so lange bis Weihnachten, da hat man noch Zeit. Keine Ahnung, sicher ein neues Outfit zu kaufen. Ich werde wahrscheinlich am Freitag auch noch mal gucken nach einem Geburtstag Outfit oder einem Weihnachts Outfit oder ein Silvester Outfit. Egal, das ist jetzt nicht das Thema. Und zwar zeige ich heute ein paar Outfit Ideen für Weihnachten und das sind jetzt keine super tollen Outfits, aber einfach ein paar Ideen, was ihr anziehen könnt. Also grundsätzlich könnt ihr anziehen, was ihr wollt an Weihnachten. Also kommt immer darauf an, was ihr macht. Wenn ihr natürlich auf eine Weihnachtsparty geht, dann müsst ihr natürlich nicht so was, keine Ahnung, zu arg Gemütliches anziehen. Und wenn ihr aber nur den ganzen Tag zu Hause bleibt, so wie ich, müsst ihr euch da jetzt nicht wirklich schick machen. Also würde ich mal sagen, beginne ich mal mit meinen Outfit Ideen. Als erste Idee habe ich vorgeschlagen, einen großen Pulli einfach mit einer auffälligeren Kette, so wie eine große Statement Kette oder so eine, wie ich hier im Bild dann habe. Das ist einfach schön, so weil der Pulli bequem ist und die Kette dann doch etwas auffälliger ist für Weihnachten. Und ja, dann... Ich zeige nicht bei allen irgendwie die Hose, weil es dann mehr auf das Oberteil ankommt. Deswegen, ja, wundert euch nicht, wenn ich nicht immer die Hose zeige. Aber dazu würde ich jetzt einfach eine normale Jeans tragen. Das hier ist noch eine Möglichkeit für den Pulli und die Statement Kette. Und zwar trage ich so einen geglitzerten Pulli von New Yorker und der ist leider auch von letztem Jahr. Und dann noch diese Statement Kette von Klairs und die ist sehr auffällig, also kann ich die nicht immer anziehen. Aber ja, die finde ich eigentlich richtig schön, die Kombination. Überlege ich auch, ob ich anziehe, deswegen... Ja! In dem zweiten Outfit trage ich einfach ein schwarzes Top von New Yorker oder H&M, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und diese Pailletten-Strickweste von H&M, die habe ich letztes Jahr mal im Sale gekauft. Und ich glaube, die war aus der Lana Del Rey Kollektion, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Und die hat so Paletten drauf und die ist so mit Farben und ich finde die eigentlich richtig schön und so. Ihr könnt eigentlich alle glitzernde Westen anziehen, die ihr wollt. Ich hatte jetzt eben spezifisch diese hier und ja. Ein weiteres Beispiel sind die weihnachtlichen T-Shirts, die einfach irgendwas auf dem T-Shirt draufstehen haben von Weihnachten. Und zwar habe ich hier einmal so ein rotes mit einem geflauschten Schnurrbart und da steht Merry Christmas and a Happy New Mustache. Und dann habe ich noch so ein anderes und da steht einfach Ho 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 drauf und da ist der Weihnachtsmann drauf. Und ja, die finde ich eigentlich richtig süß und so. Und wenn man zu Hause rumgammelt oder so, ist das eigentlich perfekt und man ist trotzdem etwas weihnachtlich. Meine letzte Outfit-Idee sind Kleider und Strumpfhosen und Strickjacken oder Pullover drüber. Und zwar mag ich das richtig gerne und mein Kleid hier ist so ein Katzenkleid von H&M. Ihr müsst natürlich kein Katzenkleid anziehen, ihr könnt auch irgendein normales schwarzes anziehen oder was auch immer für ein Kleid, das euch gefällt. Und ich habe da jetzt einfach, dass es nicht so kalt wird, natürlich eine Strumpfhose und eine Strickjacke drüber angezogen. Ihr könnt aber auch einen Pulli drüber ziehen. Leider habe ich nicht so einen Pulli, der ja irgendwie gecropped ist oder so. Also es sieht ganz komisch aus mit meinen Pullis, aber die alle so lang sind. Das würde ich vielleicht zum Abendessen anziehen oder mit Freunden irgendwo hin, auf eine Weihnachtsfeier. Keine Ahnung, was euch einfach so einfällt. Das war es jetzt nun beim Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Ciao!